Kapitel 10 Gemeinsam stiegen sie leicht wanken die Treppenstufen hinauf zu ihren Schlafzimmern. Hermine blieb vor Dracos Schlafzimmer stehen und blickte ihn abwartend an. Sie fummelte am Saum ihres Kleides herum, der Alkohol benebelte ihre Sinne vollkommen. Sie war müde, kraftlos und wollte sich am liebsten nur noch ins Bett schmeißen. Doch ein weiterer Nebeneffekt des Schnaps war, dass sie sich ängstlich fühlte. Und nach Dracos Blick zu urteilen, wusste er dies. Hermine, möchtest du bei mir schlafen? Die Frage war ihm so einfach über die Lippen gekommen, dass Hermine keuchte. Sie sah ihn erstaunt an, nickte schließlich jedoch erleichtert. Ja, der Alkohol. Ich sollte nichts mehr trinken, gab sie beschämt zu. Draco jedoch schüttelte nur den Kopf und öffnete die Tür zu seinem Zimmer. Er knipste das Licht an und Hermine blickte sich um. Das große Doppelbett war mit grüner Bettwäsche überzogen. Die Wände waren in einem beige Ton gehalten, ansonsten war das Zimmer wie das Gästezimmer aufgebaut. Er hatte denselben Blick auf den Park, der jedoch gerade, Merlin sein Dank, von großen Fensterlähen verdeckt wurde. Komm mit. Sie folgte ihm ohne große Aufforderung zum Bett, streifte ihre Jacke und Schuhe ab und blieb unschlüssig stehen. Während sie weiterhin unentschieden an ihrem Saum zupfte, warf sie Draco einen Blick zu. Er zog sich gerade seinen Pullover aus und stieg, nur mit Boxershorts bekleidet, ins Bett. Ohne groß darüber nachzudenken, zog Hermine sich das Kleid sowie die Strumpfhose aus und krabbelte auf der anderen Seite ins Bett. Sie hatte Dracos neugierigen Blick bemerkt und erkannte sein breites Grinsen. Du hast tatsächlich die Unterwäsche angezogen, die ich heute Morgen noch in der Kommode gesehen habe, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln auf den Lippen. Hermine lachte leise, ehe sie in die Kissen schmiegte und die Augen schloss. Du bist ein Spinner, Malfoy. Sein Name hörte sich mehr wie eine Liebkosung an und Draco musste dies gemerkt haben. Er legte sich nah vor sie in die Kissen und seine Hand berührte ihren Oberschenkel. Morgen musst du sie mir ausgiebig präsentieren, Granger. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen schliefen beide beinahe gleichzeitig ein. Hermine wachte eng an Draco geschmiegt am nächsten Morgen auf und stieß ein verschlafenes Seufzen aus. Anfangs realisierte sie die warmen, starken Arme um ihren Oberkörper kaum. Sie fühlte sich einfach nur wohl und wollte am liebsten weiter schlafen. Doch je mehr sich der Nebel in ihrem Kopf lichtete, umso intensiver nahm sie den fremden Geruch neben ihr wahr, die enge Umarmung und den warmen Körper. Sie blinzelte einige Male verwirrt, bevor sie erkannte, dass sie Brust an Brust an Draco geschmiegt im Bett lag. Mit einem erstaunten Keuchen löste sie sich etwas aus seiner Umarmung und musterte ihn. Seine Augen waren geschlossen, anscheinend schlief er noch. Seine Gesichtszüge wirkten vollkommen entspannt. Er hatte nichts Gefährliches an sich, nichts Zynisches oder Bösartiges. Auf seiner rechten Wange entdeckte Hermine einen leichten Kissenabdruck und sie verspürte sofort den Drang, diesen Abdruck mit ihren Fingern zu berühren und nachzuzeichnen, beherrschte sich jedoch und sah ihn weiterhin an. Sie fühlte sich nicht abgestoßen von ihm, geschweige denn empfand sie das, was sie noch vor wenigen Jahren für ihn empfunden hatte. Hass. Vielmehr hatte Hermine das Bedürfnis, ihn festzuhalten, für ihn da zu sein, sich von ihm halten zu lassen. Dass der Gedanke absurd war, erkannte sie sofort. Es war Malfoy, der hier mit ihr in einem Bett lag. Draco Malfoy. Alleine dieser Gedankengang machte die ganze Situation nur noch grotesker. Der logische Teil ihres Gehirns schien sich langsam wieder einzuschalten und seine Arbeit wieder aufzunehmen. Vorsichtig hob sie Dracos Arm an und löste sich vollkommen aus seiner Umarmung. Sie kletterte aus dem Bett, sammelte ihre Kleidung ein und machte sich langsam auf zur Tür. Mein Bauch macht Geräusche. Mit einem letzten Blick zurück auf den schlafenden Draco öffnete sie diese und verharrte wenige Sekunden. Doch schließlich verschwand Hermine im Bad und duschte. Als sie, nur in ein Handtuch gewickelt, einige Minuten später in ihr eigenes Zimmer lief, erschreckte Hermine, denn vor ihrem Fenster flatterte eine mausgraue Eule kräftig mit ihren Flügeln. Mit ihrem Schnabel pickte sie gegen das Fenster und Hermine eilte ihr zu Hilfe. Sobald sie das Fenster in Spalt weit geöffnet hatte, schwirrte die Eule in ihr Zimmer und ließ sich anmutig auf dem Schreibtisch nieder. Sie streckte Hermine ihr rechtes Beinchen entgegen. Hermine erkannte den zusammengerollten Brief und befreite die Eule von ihrer Last. Diese machte sich nach einem kurzen Zwischensnack aus Hermines Eulenkeksdose sofort wieder auf ihren Rückweg. Während Hermine den Brief entfaltete, überlegte sie, von wem er sein könnte. Doch schon beim Aufrollen erblickte sie das Siegel des Ministeriums. Anscheinend hatte sie ihr Chef geschrieben. Ach, mein Baumartgeräusch, was soll das? Hermine las die unsauberen Worte zweimal, bevor sie den Brief seufzend auf den Tisch legte. Ihr Chef, Mr. Rob Watts, erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen. Er machte sich Sorgen um Hermine und wollte wissen, wie ihre Aufgabe voranging. Zudem forderte er sie auf, im Ministerium einen Bericht für die Akten abzulegen, um die Geschehnisse festzuhalten und jederzeit auf sie zugreifen zu können. Hermine stieß ein leises Stöhnen aus. Sie hatte wenig Lust, das Haus zu verlassen und wusste dennoch, dass sie sich nicht mehr lange Zeit lassen durfte. Normal musste sie sich täglich im Ministerium melden und Hermine hatte sich gewundert, dass sie Mr. Rob Watts nicht schon früher geschrieben hatte. Aber sie nahm es als Kompliment, denn immerhin konnte dies auch bedeuten, dass er ihr mehr vertraut hat als einige andere Auroren. Während sie sich ihre Haare mit dem Handtuch trocken rubbelte, zog sie aus ihrem, oder besser gesagt Dracos, Kleiderschrank, Unterwäsche und warme Kleidung heraus, die sie sich nach einigen Augenblicken auch anzog. Ihre Haare band sie zu einem lockeren Knoten zusammen und trocknete sie magisch mit einem einfachen Zauberspruch. Mr. Rob Watts würde darauf bestehen, dass Hermine seiner Aufforderung sofort nachging. Da Draco so oder so noch seinen Rausch ausschlief, würde sie genug Zeit haben, bevor sie suchen würde. Bei den Gedanken an den gestrigen und konsumierten Feuerwhisky fasste sich Hermine instinktiv selbst an den Kopf. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sich ihre Kopfschmerzen deutlich in Grenzen hielten. Außer einem leichten, sporadischen Stechen konnte sie nichts spüren. Verwunderlich, denn Hermine trank selten Alkohol. Anscheinend hatte die Angst von gestern Abend sie ernüchtert oder sie vertrug einfach doch mehr, als sie dachte. Umgehend fragte sich Hermine, wie es wohl Draco ging. Er hatte mindestens doppelt so viel getrunken wie sie und als sie das Zimmer verlassen hatte, hatte er noch wie ein Stein geschlafen. Während sie sich weiterhin Draco mit einem Kater vorstellte, packte sie ihre Tasche und ihren Zauberstab und zog sich ihre warme Winterjacke an. Sie ging auf den Schreibtisch zu, riss etwas Papier der alten Ausgabe des Tagespropheten ab und schrieb fein säuberlich eine kurze Nachricht für Draco, dass sie ins Ministerium musste, auf dem Weg noch einige Einkäufe in der Winkelgasse tätigen und schließlich zurückkommen würde. Diesen Zettel legte sie auf ihr gemachtes Bett und verließ schließlich das Haus. Hermine hatte mit ihrer Vermutung Recht gehabt erhalten. Mr. Rob Woods hatte sich Sorgen um sie gemacht und wollte lediglich, dass sie alle Gashenisse und Vorkommnisse der letzten Tage schriftlich festhielt. Der Lockenkopf hatte sich für ungefähr eine halbe Stunde in ihr Arbeitszimmer im Ministerium zurückgezogen, hatte die vorgegebenen Wetter beschriftet und sich schließlich ihrem Vorgesetzten auf den Schreibtisch gelegt. Da dieser schon wieder in richtigen Angelegenheiten unterwegs war, hatte sich Hermine von ihren Kollegen verabschiedet und schlenderte nun durch die Winkelgasse. Hier und da blickte sie in die Schaufenster oder betrat einen Laden. Doch gekauft hat Hermine bis jetzt nichts, außer ein paar Langziehohren und Bluffknallern bei Fred und George. Sie kam nicht darum herum, die beiden zu besuchen. Ron oder einen der anderen Weasleys hatte sie nicht gesehen, doch es genügte ihr zu sehen, dass es Fred und George gut ging. Sie hatten sich gefreut, Hermine zu sehen und sie aufgefordert, sie zu Weihnachten im Fuchsbau zu besuchen. Hermine hätte natürlich am liebsten vorbehaltlos zugestimmt, doch die Arbeit mit Malfoy konnte noch Wochen dauern, Weihnachten hin oder her. Der Gedanke, womöglich Weihnachten mit Draco Malfoy zu verbringen, stieß sie gar nicht mal mehr so ab, wie es ihr eigentlich sollte. Hermine ging in den tropfenden Kessel und erkannte erleichtert, dass sich nichts verändert hatte, seit sie das letzte Mal hier war. Tom stand neben der Theke und redete mit einigen Zauberern und Hexen. An den Balken auf der linken Seite des Gebäudes hingen Pergamente, die gesuchte Zauberern zeigten. Sie ging zur Theke und bestellte sich einen Kürbissaft, während sie sich die neueste Ausgabe des Tagespropheten angelte und sie öffnete. Doch sobald sie das Zittelblatt erblickte, erstarrte sie und blinzelte. Das Bild der Hexe, welches auf der vorderen Seite prangte, kam Hermine bekannt vor. Sie hatte das Gesicht schon einmal gesehen, konnte sich doch nicht erinnern, wo und wann. Doch als sie die Überschrift las, stockte ihr der Atem. Mord auf der Meisterfeier der Chutley Cannons Junge Hexe tot Hermine wurde bleich. Alle Farben wich aus ihrem Gesicht, während sie sich das Bild erneut ansah. Natürlich kannte sie die Hexe. Sie war eines der Mädchen, welches sich gestern Abend an Draco herangeschmissen hatten, die blonde Schönheit, die ihm ihre Zunge in den Hals gesteckt hatte. Und nun war sie tot? In Hermines Kopf herrschte ein Wirrwarr an Fragen. Es war ihr sofort klar, dass all dies kein Zufall war. Dies musste das Werk der Todesser gewesen sein, auch wenn die Hexe laut dem Artikel im Tagespropheten an Herzversagen gestorben sei. Hermine trank einen großen Schluck ihres Kürbissaftes, legte einige Sickel auf den Tisch und eilte, mit der Zeitung unter ihrem Arm, aus dem tropfenden Kessel zurück in die Winkelgasse.